Ich bin schwer genug hier Wo bist du überhaupt, Willi? Ja, weiß ich auch nicht Wie bist du zu dem Bett gekommen? Wie, Willms ist bei einem Bett? Bei welchem? Was, ich springe die ganze Zeit Achso? Gott, mit euch ist das echt scheiße Ich baue mir hier gleich ein Bett Braust du hier gleich ein Bett? Ein eigenes? Leute, Willi, wir haben Bank geschlossen Wer war das denn? Thorsten, ich mach doch mal nicht sowas Na, das tut mir auch leid Nein Mann, ich komm nicht mehr auf diese fucking Leiter, ey Kriegt ihr gleich das Kotzen, ey Oh, ich komm ja nicht rauf Ey, so ne Scheiße Kann man ja mal eine Tätur hier raushauen Ich glaub, er fällt noch in letzter Sekunde Soll ich mal runterholen gehen? Nein, bin ich das nicht schaffen Du willst ja einen runterholen, Willms Scheiße, er hat's geschafft Er hat's geschafft? Der Leiter schafft er aber nicht Achja, und übrigens, ich geb dir mal einen Tipp Du musst über das Wasser rüberspringen Ja Opel, probier nicht zu springen Oh, was, warum? Warum erzählst du ihm falsche Sachen? Er ist so Thorsten, ey, ja Wir ärgern ihn die ganze Zeit Und du erzählst ihm jetzt auch noch falsche Sachen, ey Was soll denn das Scheiß? Das sind einfach Geschwister, lieber Mann Ich muss ihm falsche Sachen erzählen Ist er eklig, ey, Inzest Was? Ist das Geschwister? Was? Wie das Puppe genauso dumm ist wie Thorsten Woher hast du den Sinn? Das glaubst du nicht Ich hab keine Lust auf dich Was, weißt du? Ja, ich war immer Du baust es etwa immer um Das Ding ist immer so anders hier, komisch Ja, dann... Wenn das nicht so langweilig wird, weißt du? Stimmt, stimmt, stimmt Ich hätte es aber gerne lieber langweilig Damit wir es besser schaffen Wir haben gerade alle drei gleichzeitig geregnet Oh nein Geregnet Loi, warum springt der runter? Loi, warum springt der runter? Warum bringst du runter? Ey, 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 wie geht das funktioniert? Das mit dem Wasser eigentlich Ich krieg nicht hin Ja, das Wasser muss am besten rein Du musst rüberspringen Du musst halt weit einlaufen Ja, ja, genau So ist es aber nicht Ich hab das beim ersten Mal geschafft Ja, ich bin auch rübersprungen Und soll ich dir was sagen? Ich bin wirklich rübersprungen Ja, er ist rübersprungen Vielleicht geht's mit dem rüberspringen Ich weiß nicht Es geht wirklich mit dem rüberspringen Ich hab's geschafft Scheiße, müssen wir mal runterhauen Mann, alter Mann, ey, hau unter euch wenigstens runter Alter, was? Nicht bei dem Sprung, alter Oh, nicht bei dem Sprung, alter Bist du bei den ersten davor? Ist ja völlig in Ordnung Aber nicht bei den Schwern, ey Wimms hat mich auch schon mal dreimal bei dem Sprung runtergehauen Ja, kann er ja machen, aber nicht mich Nein Hallo Huuuii Ey, wir müssen auch gleich aufhören, ne? Boah, wie könnte ich nochmal? Oh Gott, ey Ja, wir machen weiter Wir müssen das heute zu Ende bringen jetzt Ja Ja, toll Du schaffst es doch eh nicht bis hier hoch Ja Na klar, Kolko mach ich eh eh Wenn du nicht mal Stein schaffst Ja, du hast ja übersprungen, ja Das ist das, was ich nicht geschafft habe Ja, du bist sowieso aus dem Weltkampf raus Ja, das musst du als letztes denn Also wenn du das schaffen möchtest, musst du das nach Gold nochmal machen, falls du vor uns da sein solltest Ja Das stimmt allerdings Ja, nein Du hast es nicht Falls du dann vor uns Gold schaffst, dann musst du das nochmal machen Ne, mach ich aber nicht Ja Mann, ein Mann, Willi, du bist doch so ein Homo, Mann Homo? Hat er Homo gesagt? Ja Ja Ich bin doch aber nur ein Haribo Alle tanzen in den Homo-Dance Okay Hey, Mister Don Willi Ich zeig dir meine Partner Komm auf meine Partner Ich stelle dir meine Freunde davon Geil Also ich hör auf, Danny kommt, ich stecke dir runter Oh fuck Ich kann mich nicht konzentrieren MAAAN Ey Willi, wir sind Freunde Ich hab Ey Willi, du hast mich auch gehauen Ja, als Rache, weil du mich gehauen hast Ah ja, ich bin jetzt auch bei Gold, ne Was? Also kannst du jetzt zu Stein gehen Eine Minute Der ist im Creative, der Junge Nein, nein, ja Der ist im Creative Alter Guck mal Warum sprichst du runter? Da, bitteschön Das lebt ausgemacht, ne Ja, ey, du bist so ein Cheater, ey Alter, da haut der mich Wieso macht der das? Man kann den nicht, man kann den nicht hauen Nein Nein Er ist im Creative Äh, da Mann, Danny Du hast dich doch aufgenommen Nein, ich dich doch gar nicht Mann, Danny hör doch mal auf, oh Gott, ey Mann, Alter hör doch mal auf, Alter, es macht gar kein Fun mehr Der springt immer zu weit der Popcorn Ja, klar Ey, mach Abgang Gott Ich seh nicht Gott, ey, hätten wir uns nicht geschlagen, hätten wir uns schon lange geschafft Bei Puppe einfach Bei Puppe einfach nicht, springt er einfach nur Haut Ja Ja, wieso wohl? Weil du ein Kackguck bist Tschüss Popel, hau ab Popel Der ist ein Spawncamper Ja, wahr? Meine Mama ist ein Camper, ey Nein, ich bin doch erst Minecraft Die campte Minecraft? Mann, Popel jetzt Spawncamper doch mal da nicht, ey Ja, ey Wann, Willi Ihr wisst schon, dass ich auch überall runter holen würde Da baut jemand Ja, du, genau Hi Mann, ich will das jetzt hier schaffen, ey, das gibt's doch nicht Alter, Popcorn Ja, ich auch Ja, siehst du, so Ja, doch nicht am Spawn, Mann Na klar, hast du auch gemacht, aber egal Aber egal, hab ich nicht, ne Aber egal Ach, der Sprung übers Wasser ist nicht machbar Hast du auch gemacht, hast du nicht Boah, jetzt holen sie schon ein Schwert da raus, ey Nee, wir machen nie denn Wer denn? Na du Ich hab kein Schwert Wer hattest du gerade mit ein Schwert in der Hand? Boah, ist das langweilig, ey Mit euch Adventure zu spielen ist echt langweilig Hast du mal weiter? Alleine? Jo Wie soll ich das gar kein Schwert? Hallo Leute, ich komm zurück zu der neuen Runde Dual Adventure Deine Mom Mann, Alter, jetzt hör immer auf mich zu schlagen Wir wollen das, ey Ey, ehrlich mal Ich geh doch gar nicht in Chat oder so Ja, Wims Ja, aber Wims Racing ist gar nicht da Ich kenn nur Wims Mann Danny Racing kenn ich bloß Fuck ey Danny Racing? Ja, Pro-Gamer Wims Mann, ho Nice Nice Tosni Nein, das ist Quatsch Ja, nee Das ist der Reignis Achso, ich hör mal lieber auf Willi, Willi Ey, Alter Ja So, Pope is great Squitted Ja, ich muss ja aufhören Es ist 21.15 Uhr sogar schon Ja, und wir mussten ja warten bis 20.30 Uhr, weil du Hausaufgaben machen musstest Ja, na klar Wieder mal Aber das Witzige ist, ihr habt immer noch keine Aufnahme Mensch, wir haben gestern gesagt, wir müssen heute aufnehmen Nee, hast du nicht Haben wir wohl Oh, jetzt geht's mir Das haben sie schon Freitag gesagt Nee Ja Nee Nee, einfach nicht Ja, Mist, da ist Latte, ey Mist, da ist Latte, ey Mist, da ist Latte wie Rose und Unterhose, Mann Ja, dann geht Pope einfach weg Wir müssen uns entschuldigen für Pope, weil Pope hat keine Manieren Nein Ähm Oder sie muss eher aufhören Also erinnert sich ja eh nix daran Pope hat keine Manieren, du holt mir noch Unfall Ach man, Pope So, aber wir springen hier weiter, ne? Wir machen das jetzt bis, bis das schaffen, ey Ja Und danach machen wir noch die nächsten drei, wenn ich dann wär's fertig Na Bestimmt, ey Guck mal, ich bin da tot, ich hab ne Feldhacke Nein, der hat verpustiert Nein, der hat verpustiert Egal, wir müssen es trotzdem weiter machen So, und jetzt, Alter, jetzt, jetzt, jetzt schaff ich das nicht, du mal Ich hab's geschafft, ich bin da Also mit Pope war das Motto so schlecht, ey Das wär's jetzt gewesen, wenn, wenn Dennis jetzt wirklich geschafft hätte Meine Pope redet immer so Weißt du, versteht ja keiner Ich rede immer so, hallo Mann So rede ich nicht Mann, Wozli 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 Ey, Wozli Ich trinke Wozli 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 Wieso liegen unten eigentlich Goldsachen rum? Die hat man alle gestehen Ich bin, ich bin aus Gold Achso Und jeder, wenn ich sterbe, dann verliere ich ein Goldstück Und wieder neues Goldstück verloren Achso Meine Seele Die goldene Seele Deine Seele zerbricht in einzelne Goldstücke, ja Nein Gib mir dein Gold 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 Das mal nach jedem Spur von Danny Eine Schweigemute einlegen Alles klar Alles klar Für jeden Für jeden Für jeden getöteten Danny Ich hab jetzt nichts gemacht Nein Und bei mir stimmte das ja wenigstens, ey Ich hab jetzt nichts gemacht Ich hab jetzt nichts gemacht Klar, liest du an meinem Schleppel Ich hab ihn nicht runtergehauen Nein Ich guck Oh Gott Was war das für ein Numi Ich guck nicht in Schell, das ist mir zu traurig Wieso kannst du nicht lesen? Dann Lilly Einfall Einfalltelefon Lernen lesen und schreiben Ui Ich bin weitergesprungen, komisch Mann, 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 Mann Gott, mittlerweile ist meine Motivation auch echt nach für diese Challenge, ey Mann Lass wir jetzt aufhören und schlagen Okay Nein, Billy, du auch Was willst du haust du mich? Ich hab aufgehört Nein Nein Das war die Rache für Billy Ey Die Rache, der ist tief, ja Alter Ich dachte, wir hören auf Ich hab dich gar nicht gehauen Nein Lol Ne, doch Na klar Nein, das war Tosny Ja, bestimmt Guck in, guck in den Chat, Alter Guck in den Chat, Alter Ja Loll Mann, Billy Nee, warum steigst du zu weit Mann Tosny, Mann, warum Tos, Tos Rasch Ja Musik Musik Vier �� Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und über Brücken Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020